Hallo, ich möchte euch heute unser leichtes Titan-Korsett vorstellen. Es besteht aus einem 650ml Titan-Kochtopf. Diesen Kochtopf passt nicht. Eine Gaskartusche, ein Strandfuß und der Brenner. Gaskartusche ist nicht dabei, aber dafür der leichte Brenner. Den Strandfuß könnt ihr ganz einfach aufgeben, einfach im flachen Winkel reindrücken. Und den Kors einfach drauf drehen, wie ein Gewinde. Ihr könnt ja auch die Gaskartuschen verwenden mit Drehgewinne. Ist ganz praktisch, könnt ihr ihn wieder weggeben, wenn ihr die Krochen nicht benötigt. Und dann könnt ihr einfach aufdrehen, anzünden und nachher noch essen. Jetzt sind wir richtig.